Wie du das schon sagst, dir stehen alle Türen und Toren offen. Nur, wenn wir mal zurückspulen nochmal an den Anfang, gerade den du auch gesagt hattest, aus unseren Gedanken resultieren immer Emotionen und daraus immer Handlungen. Das ist auch in der Psychologie, das ist einfach das Muster. Gedanken, Emotionen, Handlungen, das ist nie anders. Und da ist es doch nur logisch, dass ich mir meine Realität erschaffe, indem ich anfange mit meinen Gedanken. Und Gedanken kommen zu 95% aus dem Unterbewusstsein. Und vom Vortag zu 95%. Und wenn ich mir das Muster mal reinziehe, 95% meiner Gedanken kommen von gestern. Gedanken, Emotionen, Handlungen bedeutet das ja, ich lebe komplett in der Vergangenheit. Und wenn ich es nicht schaffe, da ranzukommen, an dieses Unterbewusstsein und das irgendwie zu regulieren, schaffe ich es gar nicht, von innen heraus auf Zellebene wirklich ein neuer Mensch zu werden. Das ist ja immer, man sagt, ich werde ein neuer Mensch. Aber wenn du durch deinen Gedanken deinen Zellen wirklich komplett neue Signale sendest, hast du die Möglichkeit, dich auf Zellebene zu einem anderen Menschen zu verändern. Und das macht sich in allem bemerkbar. Nicht nur in deinem Verhalten, sondern auch in deiner Optik und einfach wie du als Mensch bist. Dein Umfeld wird sich verändern. Da gibt es ja die sogenannten Logical Levels. Wenn man die nach oben geht, also ganz oben ist zum Beispiel die Spiritualität. Und je höher man in diesen Logical Levels kommt, es geht los bei deiner Umwelt, deinem Verhalten, deine Fähigkeiten. Immer wenn sich einer ändert, ändern sich alle darunter auch. Und genau da sind wir nämlich bei dem Punkt Eigenverantwortung. Viele Menschen haben da Angst vor. Die wollen ja keine Verantwortung übernehmen. Die wissen aus meiner Komfortzirkel hier raus, da lauert viel Gefahr, aber da lauert auch das Paradies. Großartiges. Großartiges. Aber wir bleiben lieber in diesem Kreis hier, da kennen wir uns aus, auch wenn es da vielleicht gar nicht so schön ist, weil wir nicht viel Geld haben, jeden Tag 9-to-5 arbeiten gehen, mich irgendwas ärgert, dies, das, tralala. Aber bleiben wir da lieber drin, anstatt rauszugehen. Und das ist halt das, was wir bei uns im Phoenix Coaching mit den Leuten machen. Wir sorgen dafür, erstmal diese unterbewussten Gedanken real werden zu lassen, um die bewusst wahrzunehmen. Und dann zu schauen, wie sende ich mir denn die Signale, die für Gesundheit, Glück und Erfolg sorgen am Ende des Tages. Ja, total spannend. Weil kennt ja jeder vielleicht, der jetzt irgendwann mal mit der Persönlichkeitsentwicklung ja dann auch angefangen hat, aus welchem Grund auch immer, dass, wenn man da halt jetzt noch nicht so drin steckt, man halt in Situationen verharrt, die nicht dienlich sind, in Jobs bleibt, die scheiße sind, die einem keinen Spaß machen. Wissentlich die Gesundheit ruiniert durch Rauchen, alkoholfettiges Essen, was auch immer. Man weiß das alles ganz genau, aber was tut man? Nix. Weil vielleicht auch einfach der Mut fehlt manchmal, weiß ich nicht aus deiner Erfahrung, fehlt aber auch die Power und die Kraft, sich zu bewegen, weil man einfach schon so ausgelutscht ist, sage ich jetzt mal, energetisch. Ja, da sagst du was. Wie gesagt, es ist jetzt bequemer, in dieser bekannten, aber blöden Situation zu verharren, als in den Veränderungsprozess zu gehen. Und was ich gerne, das ist so ein Spruch bei mir aus dem Coaching, den ich den Leuten immer mit an die Hand gebe, weil der auch häufig zum Umdenken anregt. Also wenn jetzt heute ein Spruch wäre, den du dir hättest aufschreiben können, wäre es jetzt dieser. Alles, was dich umgibt, alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner eigenen Energie.